Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich möchte euch das Spiel Whale vorstellen und Whale ein bisschen zeigen. Ich werde wahrscheinlich kein wirkliches Match bestreiten können, aber ich möchte euch das Spiel ein bisschen vorstellen, die Maps anschauen, die ganzen Waffen anschauen, die Möglichkeiten. Und ja, Whale erscheint am 17. November auf Steam und ja, aktuell ist noch nicht ganz klar, wie viel es kosten wird. Es wird als Early Access Titel erscheinen und es gab eine Twitter-Umfrage, ich vermute, dass es so zwischen 15 und 25 Euro landet, so im Early Access und wenn es dann final erscheint, wird es dann wahrscheinlich, ja, ein bisschen mehr werden, 30, 35, 40 Euro, keine Ahnung, je nachdem, wie viel Content natürlich drin ist. So, wir haben hier eine echt schöne Grafik, muss ich einfach sagen. Ich spiele aktuell mit der Pico 4 über Virtual Desktop und alle Grafikeinstellungen sind auf Medium gestellt. Ich glaube, mehr gibt meine Grafikkarte auch nicht her. Die Texturen sehen echt super aus. Wenn ich jetzt nah rangehe, sind sie ein bisschen für mich jetzt verwaschen, aber das liegt natürlich an den Grafikeinstellungen. Ansonsten sieht das alles echt mega gut aus. Auch die Waffen sind echt top, also da gibt es nichts zu meckern. Und mit dem neuen Update haben wir auch, wenn wir hier mal aufs Visier schauen, also diese Spiegelung, Reflexion, man sieht irgendwie wirklich, dass es ein Glaskörper ist und einfach richtig, richtig gut. Ich stelle euch nachher mal ganz kurz die ganzen Waffen vor. Was ich noch nicht weiß, was das hier ist, das findet man hier. Und wenn wir uns hier so eine Kugel nehmen, passiert hier irgendwas? Aber ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ah, okay. Okay, wir probieren mal was. Wow. Das war mir eben gar nicht so bewusst, was das hier ist. Das gehört wahrscheinlich mit zum Spiel. Es gibt immer 5 gegen 5 Matches und ich denke mal, dass eine Gruppierung das dann machen muss, dann verteidigen muss. Ich konnte noch kein Match spielen. Ich habe nie Mitspieler gefunden. Von daher muss man warten, bis das Spiel wirklich erscheint. Aber ja, wie gesagt, ich wollte euch das Spiel jetzt nur präsentieren und mal vorstellen, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wird ein richtig guter Shooter werden. Da bin ich mir sicher. Oh, jetzt mal gucken, was passiert. So, das wäre wahrscheinlich dann so ein Punkt. Okay. Wenn es mal länger dauert, haben wir hier die Möglichkeit, Schach zu spielen. Wir können 4 Gewinn spielen. Weil wenn man jetzt eine Lobby-Suche macht, dann treffen sich hier alle Spiele, die mitspielen. Und ja, dann kann man hier sich verabreden und sonst was machen. Ich weiß nicht, was das da hinten ist. Das sieht irgendwie komisch aus. Wir gucken uns das mal ein bisschen von nahem an. Keine Ahnung. Die Katzen sind auf jeden Fall süß, ne? Ja. Jetzt stelle ich euch die Waffen vor, die wir hier haben. Wir haben hier einen kleinen Schießstand. Ja, hier haben wir. Pistole, Kimokorn. Funktioniert auch ganz gut, wenn man zielen kann. Magazin auswerfen geht immer über Knopfdruck. Nachladen. Aber der muss man jetzt gar nicht durchladen. Was haben wir hier? Muss man schauen, ob man hier diese Schalter hat, Semi oder Auto, ne? Oh, mit Schalldämpfer sogar hier. Hitman. Hört sich auch cool an. Also, Sounds sind super, die Grafik ist toll. Was will man mehr? Visiere sind alle super. Und was ich euch gleich noch zeige, wir haben ein Loadout. Wir können uns alle Waffen schön anpassen, wie wir die haben wollen. Das zeige ich euch aber gleich erst. Schieß mal mit allem. Hier haben wir Blendgranate. Wird richtig krass hell. Also alles weiß. Dann haben wir hier, ich glaube, das war eine genau, Rauchgranate. Ich habe den Namen gerade gesucht. So, hier haben wir so eine UMP, ne? Wird die Waffen machen auch echt Spaß, muss ich sagen. Hier haben wir eine normale Granate. Die kann man bestimmt auch schon so schön rollen, oder? Guck mal. Also, ich glaube, das wird richtig gut werden, wenn man hier mit ein paar Leuten spielt. Versuch mal nachzuladen. Und das mit dem Visieren, das sieht klasse aus. Also, mega. Kann auch richtig schön reinschauen. Klappt alles gut. So, jetzt zeige ich euch mal kurz das Menü und Loadout und so weiter. Also, wir haben hier über Knopfdruck haben wir unser Menü. Hier haben wir die Loadouts. Social weiß ich jetzt gar nicht. Okay, das sind unsere Freunde, die wir dann anpingen können. Hier haben wir Scorelist. Hier haben wir unsere Settings. Display H1 Spray. Müssen wir jetzt gar nicht sehen. Ach so, okay. Können wahrscheinlich hier unser Logo dann sprayen. Wie früher bei Half-Life, glaube ich, war es. Ja, Firearm, auch wenn wir einen Virtual Stock haben wollen. Dann ist der Arm immer fixiert, wenn man die festhält. Ja, hier sind die Grafikeinstellungen. Wie gesagt, ich habe alles auf Medium stehen. Mehr schafft die Grafikkarte nicht. Hier können wir uns die Audio-Einstellungen anpassen. Master Volume. Musik habe ich ein bisschen runtergeregelt, weil es echt krass laut war. Ja, hier habe ich erst mal den Voice-Chat ausgeschaltet. Und hier haben wir die Höhenkalibration. Gucken wir einfach irgendwo drauf, auf einen Punkt, der vor uns erscheint. Und dann wird unsere Höhe angepasst. So, kommen wir zum Loadout. Also wir haben hier die Möglichkeit, unsere Waffen auszusuchen, mit der wir starten wollen. Machen wir jetzt einfach mal Skaha. Hier haben wir noch Sight. Dann können wir uns hier die Sights aussuchen, die wir haben wollen. Reflex, Holographic. So, dann haben wir die Primary. Was das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Ob wir da irgendwelche Upgrades später bekommen, freischalten können. Da bin ich mir noch nicht sicher. Kann ich mir aber gut vorstellen. Das Gleiche gilt natürlich für unsere Pistolen. Ob wir mit Schalldämpfer haben wollen. Und ja, können wir uns dann auch wieder hier die Dots aussuchen. Und hier haben wir halt die verschiedenen Loadouts. Fünf Stück an der Zahl. Und dann kann sich auch jeder aussuchen, welche Granaten er mit haben möchte. Und so weiter und so fort. Also, ziemlich cool gemacht. Und das kann dann jeder für sich selbst anpassen, wie er das haben möchte. Und ja, Serverbrowser. Ich finde kein Match. Aber ich möchte euch trotzdem die Karten zeigen. Und das mache ich jetzt auch. So, gehen wir mal in TDM Vault. So, TDM Vault. Und ja, schauen wir uns mal die Karte an. Die ist eigentlich relativ einfach gehalten. Wir haben hier zwei Startpunkte vorne und da hinten. Die sehen dann gleich aus. Die ist einfach nur gespiegelt. Und wir haben auch nochmal eine Untergrundstation, wo die Gegner sich treffen können dann. Und ja, hier kann man auch klettern in dem Game. Das klappt ganz gut. Von hier aus kann man dann so ein bisschen auch snipern, wie man möchte. Das ist ganz cool. Das ist ein Ventilator. Und damit können wir dann ein bisschen springen. Ein bisschen ist gut. Fallschaden gibt es auch. Aber nicht immer. Ich hatte auch schon mal ohne Fallschaden. Jetzt zeige ich euch mal die Untergrundstation. Also, da könnten schon coole Matches entstehen, muss ich sagen. So, hier ist auch eine Leiter. Ich glaube aber, da geht es nicht hoch. Probieren wir einfach mal. So, ich spiele ja jetzt gerade mit Virtual Desktop. Ne, da geht es nicht weiter. Ich weiß nicht, ob man wegen der Verzögerung dann überhaupt eine richtig gute Chance hat. Jede Verzögerung ist natürlich schlecht. Und, na guck mal. Hier ein Konferenzraum oder so. Von daher muss man mal abwarten. Da kann ich jetzt gerade nichts machen. Ja, das ist TDM Volt. Ich finde es ganz cool. Bin gespannt, wie es ist, wenn man mal wirklich auf Gegner hier trifft. Aber erst mal macht die Mappen einen guten Eindruck. Oh, wir können da mal kurz reinschauen. Ob wir da überhaupt hinkommen. Das sieht noch ganz interessant aus. Ne, hier kommt man nicht. Man kann auch dann nicht springen oder klettern oder so. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Kann man den Gegnern dann irgendwas, den Mitspielern irgendwas zeigen? Ja, okay. Das ist wirklich über Button irgendwas zeigen. Und 31 Meter kann man dann wahrscheinlich den Mitspielern was zeigen. Okay. Schauen wir uns die andere Map an. So, und das ist die Map Zuna. Hier starten wir. Auch wieder so ein bisschen Wüstenflair, Industriegebäude. Die ist auch ein bisschen größer als die andere, aber ein bisschen undurchschaubarer, muss ich sagen. Verwinkelter. So, ob es denn da hinkommt, weiß ich nicht. Habe ich mal probiert. Aber ich will jetzt mal ganz kurz was probieren. Kann man auch ganz gut werfen. Gefällt mir. Auch mal hier hoch. Wie ihr schon seht, also hier müssen wir ein bisschen Zeit drin verbringen in dieser Map, um ja auch mal die alten Ecken kennenzulernen. Aber ich bin, was so Ego-Shooter angeht und so weiter, bin ich sowieso nicht mehr so gut. Ich kann mir die Maps auch nicht mehr so einbringen wie früher. Ich habe früher eine ganz lange Zeit Battlefield gespielt. Da war ich auch dann ganz okay drin. Kein Pro, aber ganz okay. Ich war zufrieden. Aber jetzt merkt man natürlich mit dem ja fortschreitenden Alter, dass man halt auch nicht mehr so schnell ist wie früher. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, die Leute, die jetzt so auch ab 40 aufwärts sind, ob ihr das merkt bei so Ego-Shootern, dass man halt langsamer wird. Also ich finde, die Map kann sich schon mal sehen lassen. Ich bin auch gespannt, was mit der Zeit noch immer mehr reinkommt an Maps. Da kommt man da irgendwie rein, das wäre halt interessant. Ich vermisse wohl irgendwie eine Sprungmöglichkeit, dass ich ein bisschen jumpen kann. Okay, hier klettern wir jetzt mal hoch. So, man wird auch automatisch dann nach oben gedrückt. Kann man hier durchgehen? Nee. Das ist dann auch geblockt. Okay, da kommt man nicht hin, das ist alles irgendwie zugestellt scheinbar. Scheinbar. Wer weiß, ob es da irgendwo einen Weg gibt. Ja, aber so sieht die Map echt cool aus, gefällt mir. Was sagt ihr zum Spiel? Was sagt ihr zu den einzelnen Maps? Was gefällt euch jetzt ganz gut? Oder was eher weniger? Wie gesagt, man muss jetzt wirklich mal auch Matches bestreiten, um mal zu schauen, wie ist das, wie arbeiten die Server, wie gut sind die und ja, wie ist die Verzögerungszeit hier und dann bin ich irgendwann gespannt auf das Matchmaking, ob man, ja, bei solchen Spielen ist es natürlich immer sehr hart, wenn man nur gegen Pros spielt und überhaupt keine Chance hat, dann ja, geht die, geht ja das Spaßlevel ganz schnell nach unten und ja, da bin ich gespannt, ob es da irgendwann auch die Möglichkeit gibt, ja, so ein richtiges, gutes Matchmaking zu haben, das ist meistens aber ein Problem. Besonders im VR-Bereich, weil es noch nicht so viele Spieler gibt. Aber ich lasse mich überraschen, ich bin gespannt auf den 17., wenn es wirklich erscheint und wir auch wirklich volle Lobbys erstmal haben und ja, dann kann man das Spiel erstmal wirklich testen und ja, vielleicht werde ich dann auch mal einen Livestream machen, wer weiß. Also mir gefällt es, ich finde die Waffen alle echt cool, auch vom Recoil her, dass jede Waffe sich unterschiedlich spielt, auch die verschiedenen Visiere, die wir hier haben und ja, auch mit den Granaten, das, auch das Werfen funktioniert echt super, das habe ich schon anders erlebt in Spielen. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir abwarten und gerne mal eure Meinung zum Game, habt ihr eventuell auch schon mal reingucken dürfen, seid ihr da auch irgendwie in den Alpha-Beta-Tester gewesen, gerne mal unter die Kommentare schreiben und ja, jetzt sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like aufs Video gebt und natürlich einen Abo-Button nicht vergessen, also der darf definitiv nicht vergessen werden, damit ihr weiterhin immer, ja, neuen Content auf meinem Kanal habt, dass der Kanal wächst und ja, somit auch die ganzen Entwickler da draußen sehen, ja, der Tupac, der hat einen coolen Kanal, da ist immer gut was los und es lohnt sich auch, denen schon mal vor Abspiele zu geben, die er dann testen kann und so weiter und so fort. Also da bin ich auch mega dankbar für eure, ja, für eure Unterstützung, die ihr mir seit langer Zeit gebt und ja, für die neuen Zuschauer natürlich, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr, ja, euch mir anschließt und den Kanal anschließt und es gibt auch noch einen Discord, es gibt noch eine Facebook-Gruppe und in der Beschreibung, gerne mal reinschauen, würde ich mich natürlich freuen, ja, wenn ihr da joinen würdet, dann kann man sich auch gerne mal, ja, unterhalten, diskutieren über VR und sich eventuell auch mal für solche Games hier verabreden und ja, das war's von meiner Seite aus, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Vale sagt und ja, jetzt bin ich weg, bis dann, tschüss! 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 Vielen Dank.